So. Wenn wir oben sind, müssten wir uns erstmal ein paar Tränkel kaufen. Na, komm, geh, werden, geh, nie, jetzt, mal, down. Boah, level up! Ich nehme jetzt erstmal alles mit, was hier so rumliegt. Alter Falter, das war jetzt ein bisschen knapp. Bisschen kann ab. Uh! Bam, und weg, nein. Wie lang ist die Demo eigentlich? Oh, hier ist ein Portal in irgendeiner Dimension. So. Was ist das hier? Hier liegt noch Gold. Oh, jetzt haben wir eine Menge Gold eingestrichen hier. Wow. Ich hab ja gerade kurz abgelenkt, weil ich wollte mal auf die Uhr schauen. Und jetzt geht's rein. Ach ne, jetzt, das war's. Haben wir's jetzt geschafft? Ich hab keine Ahnung, ich geh jetzt aber weiter. Ich will das ein bisschen nicht normal machen. Oh yeah. Jetzt geht's hier draußen ein bisschen weiter um die Kloppe. Halt! Alter. Ich hab grad mit der Steuerung so ein bisschen Flachs und Krübeln. Safe Travels! Oh, bam, bam, bam! Ich glaube, wir sind jetzt schon Level 3 gewesen gerade, ne? Ach so, wir haben jetzt auch wieder zwei Tränke. So, wo können wir jetzt hier hin? Nicht da, wo wir wahrscheinlich sollen. Na hä? Alter, verdammt, wir sind im Kreis gelatscht. Ich hab jetzt wieder keine Ahnung, wo wir herkamen. Ist wieder bescheuert hier. Da war grad Skelet und der Hundmann stehen weg. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, lass ich jetzt noch auf die Friedhof zu sein. Oh, hier liegt noch. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Alter, jetzt komm ich wieder so. Äh, hier sind wir vorhin lang gelatscht. Kann das sein? Ja. Kann mich irgendwie so schlecht orientieren. Weil ich weiß nicht, aber jetzt, vielleicht war's auch nur der Dungeon, den man machen musste und dann war die Bimo zu Ende, keine Ahnung. Gucken jetzt auf jeden Fall nochmal hier hinten lang. Ich will jetzt nicht schon wieder mich verlaufen. Wir laufen dann mal ein bisschen anders. Weil jetzt der tut. How may I help? How may I help? Was soll ich dir helfen? Oh, hier ist noch ein... Hier sind welche, oder? Ach so. Da war noch nicht ganz weg. Na komm. Oh ja, hier waren wir noch nicht. Hier geht's weiter runter. Jetzt gibt's älg. I need your help. I need your help. I need your help. La la la. Hier waren wir doch schon. Ich kann mich in sowas mal nicht so richtig orientieren. So. Da müssen ich noch Viecher haben, wenn die hier so ein bisschen... Ah, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Kram. Ah! Da waren wo noch Leute. Die Urnen waren noch bewohnt. Scheinbar. So wie's Wasser. So. 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 Oh. So. Oh, man war hier oben noch was, weil er sonst noch was anzeigt. äh mutiert jetzt alles mit der haften viechern aufs maul so bämm und wir zerkloppen einfach mal alles was uns jetzt in den weg stellt ähm okay jetzt erschlossene truhe wie es aussieht und wir wurden noch ein Schlüssel geht es hier wo rein nein oh wir sind überall noch ohne ob wir spawnen die da nicht wieder raus ah hier liegt ein Heidrank yeah glad you made it ich dachte schon ey das ist gar nicht mehr oh wir sind ein wenig größere Viecher ein wenig die rocken auch ein bisschen doller die schlocken gleich ein bisschen mehr rein da fangen wir unseren Hunde da irgendwie na komm so weg mit dir hier sind meine Freunde so hm hm das soll's ach so hier ist der Typ ok wir jetzt kloppen aus den anderen Ohren und guck uns ein bisschen um nein ich wollte gar nicht rein gehen nein nicht da rein ich wollte egal ey es le nein verdammt du ich hab auch irgendwie glaube ich die voll wir sind gar nicht gefunden nein wir gehen verdammt nochmal nicht wieder da rein wir gehen jetzt mal hier hoch und jetzt lauf ah hier ist mein Kollege bam ich hab mir das gerade rum gespackt hat komm geh kaputt die grafik gefällt mir schon gefällt schon sehr ja schieße ah wieso seh ich die kack Viecher nie wenn sie mich angreifen muhaha lustige animationen wenn man dahinter ist ok ich hab einfach immer alle Tieren nein du sollst verdammt nochmal nicht runter ah da ist ja noch nicht viel Leather oh schon der W6 geht ja schnell ah ich dachte gerade ist rot so ich bin ganz kurz nochmal so ich muss gerade was machen noch ich gebe jetzt gerade an ah so ich schnitzel das hier kann ich kurz mal durchs Gemüse durchs Gebäck durchs Gebäck oh ehh 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 ach seid nicht hier ist irgendwo ein Totengeschwörer oder so ein scheiß ist hier irgendwo ein Totengeschwörer Gibt's hier sowas? Gibt's in die ABO 2 und in die ABO 3 vielleicht auch, aber... Guckt es an! Wie sowas steht ihr wieder? Ihr seid tot! Ihr seid verdammt nochmal tot! Warum könnt ihr wieder aufstehen? Wart mal, hier gibt's immer einen Typen, der belebt, die wie... Ey, komm schon! Das ist jetzt wegen der Arsch, oder? Den muss ich nicht aufs Maul hauen, der die immer an der Belebt. Jetzt wird wohl hier nichts mehr wie er belebt. Das hab ich alles ungeschnetzelt. Nö! Das muss schon wieder hier rein, oder was? So, was du hast? Ist mir jetzt egal. Ich hab hier zu zocken. Komm. Ich muss hier hoch. Was ist das hier noch? Ah, noch was Gold drin. So. Da! Oh, nicht schon wieder. Ich hab hier noch ein bisschen geholfen, oder was? Oh, nicht schon wieder. Oh, nein! Ich hab hier noch mal gewonnen, Das hört sich jetzt an wie in Diablo 2, die Musik. Das soll ich ganz kurz mal hören. Die kommen schon gern. Die haben echt hier was von Diablo. Soll sie, dass da irgendwelche Fallen, die hier stehen? Da ist wirklich hier Diablo 2. Da ist wirklich hier Diablo 2. Nein, ich hab keine verdammten Tränke mehr. Ich sterbe jetzt nicht, oder? Verdammt, ich hab keine Tränke mehr. Ey, jetzt sterbe ich. Jetzt kapiere ich jetzt hier. Ich bin jetzt Tränke. Alter, ich bin... Komm, das ist voll die 102, Mucke. Kannst du mir erzählen, das sieht was anderes sein. Sorry. Alter, lass sie in Ruhe. Bam. Ey, komm, das ist echt absolute Mucke. Okay, jetzt geh ich sterben, leider. Okay, ich bin gerade krepiert. What? Tau, was? Was kann man jetzt hier auswählen? Irgendwie voll aufgeladen. Komisch. Ich stecke mich hier gerade voll rein. Okay. Bam. Ist nicht... Nie ernst. Ich will schon sterben. Danke. Wenn Monster was machen können, dann können sie ruhig sterben. So, wir hätten ja auch in diese komischen Fallen locken können. Die sehen aus, wie Bärenfallen. Ich laufe auch voll rein. Intelligenz. Mal gucken, was hier noch... Oh, das hatten wir schon aufgemacht. Ich steppe gar nicht schon wieder. Alter. Was ist denn das jetzt? Warum ist das an der Demo? Dass man dann nicht schlichtig sterben kann? Oh, ich bin jetzt die ganze Zeit noch eine Tasse, wie ich... ...wird heute noch kaputt gehen. Nein. Was ist denn das? hier nichts passiert hier nichts, ist ja auch schon strange. Wie lange ist denn das jetzt noch? Ach, das ist meine Demo, jetzt kann ich mir zocken. Kann ja auch mal irgendwie speichern. Oder speichern das automatisch? Keine Ahnung. Bam. So, wir haben wieder einen Traum. Wenn ich mache ich wirklich gleich einen Cut, dann mache ich einfach Schluss. Weil sonst, ich will es jetzt auch nicht zu über lange machen. Ich würde es nicht über lange aufnehmen. Komm, endlich wird das sterben. Okay, kann ich irgendwie hoch, kann ich hier hoch, kann ich hier hoch. Nein, ist kein Weg. Umso besser, muss ich mich nicht mit diesen fetten Viechern anlegen. Die aber hier... Die aber echt überall rum haben. Guide, guide, guide. Ich brauche jetzt einfach mal weg. Ist zwar ein bisschen feiger. Aber ich will jetzt mal gucken, wo es hier noch so lang geht. Nun, hier ist eine Endstation. Oh, jetzt kommen nicht alle. Ich überlege, ob ich jetzt... Ich habe irgendwie so langsam so ein bisschen Schwäche. Ja, komm. Leute, die schmerzen. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal wieder ins normale Meme. Kann ich jetzt hier mal Cryt machen? Kann ich jetzt hier... Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von der Demo bekommen. Das scheint sich wahrscheinlich noch länger zu halten. Ist jetzt hier kein Ende. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Also, man sieht, das ist so ein typisches Hack and Slay. Ich glaube, es kommt so ein bisschen von Diablo 2 ab. Ja, was soll ich ansonsten noch so sagen? Kann man, kann man, könnt ihr euch auch holen. Und es ist einfach mal, wenn ihr Steam habt, einfach mal im Shop nach Demos gucken. Und da findet ihr die Touchlet-Demo. Ja, was soll ich da noch so sagen? War eigentlich ganz lustig. Vielleicht ist es ja auch irgendwie... Vielleicht geht die noch ein Stück länger oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall hier cutten. Weil ich würde es jetzt nicht zu lange machen. Das sollte nur ein kleiner Einblick in die Demo sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns eventuell bei einem anderen Projekt wieder. Was ich eventuell sogar heute noch aufnehme. Ich muss gucken, ob der Kollege oder die Kollegen... Ich habe ja schon mal gesagt, dass es ein LPT wird. Online sind, dass wir da Zeit haben. Und letztendlich werden wir uns dann da wieder sehen. Oder bei Minecraft oder irgendwo anders. Macht's bis jetzt aber gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kowski. Tschüss. 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 Tschüss.